Für uns war klar, dass wir einen Schritt gehen wollen und den Pelzschriesling, so wie er heute hauptsächlich gesehen wird, auch weiterentwickeln wollen. Progressiv hast du für uns eine Idee aufzunehmen und weiterzuentwickeln und nicht einfach zu wiederholen. Einfach den Mut dazu haben, dass man monotone Gedankenmuster ändert und Dinge einfach neu denkt. Wie unseren Welsschriesling, Pro, Pro für Progressiv. Welsschriesling ist eine unglaublich tolle Rebsorte, sie zackt das Terroir, ganz eindeutigen Wein, sie hat eine super saftige Seire, sie kann sich auf den Klimawandel super einstellen, späte Ernte, späte Reife und sie ist leicht im Alkohol, was ich finde, dass es unglaublich moderner wieder ist. Wie können wir mit dem, was wir haben, was da auf unserer Fleckerl Erde ist, bestmöglich umgehen und auskommen, dass das Dinge sind, die nicht nur von der Vergangenheit her kommen, sondern auch ganz, ganz modern sind und zukünftig ganz wichtig sein werden. Wenn der Zeitpunkt da ist, die Dinge so zu machen, wie man glaubt, dass sie richtig sind. Aber wenn man das unseren Kindern weitergeben können, auch noch, dann ist das schon richtig lässig, glaube ich. Veränderung auf alle Fälle etwas Gutes an sich haben kann. Dass Veränderung auch Weiterentwicklung sein kann, eine Weiterentwicklung ins Bessere, wie wir finden. Und was ganz besonders toll ist, ist, wenn dann unsere Wegbegleiter und ganz besonders unsere Kunden den Weg mitgehen. Und das gibt dann viel Kraft auch. ARP 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 Untertitelung des ZDF, 2020